Hallo Leute, ich möchte euch über meine Musik etwas erzählen. Zum Beispiel, ich bin ein Verrückter nach Musik, das weiß ja jeder. Ich liebte als Jugendlicher Uriah Hip, Led Zeppelin, Black Sabbath, Baji, Pink Floyd, Jimi Hendrix, UFO, aber auch Slate, Sweet und viele andere. Die sind und waren für mich etwas Besonderes, aber komischerweise, meine Musik wird oft als progressiver Rock bezeichnet. Wahrscheinlich deswegen, weil ich sehr oft kirchliche Orgel spiele und benutze. Und progressiver Rock, das ist so etwas eben. Dankeschön. Meras, Rauschen, ist fischendste. Melodie, aber hovive, die Poesie des Eres. Der Herrgott hat das alles für uns geschaffen. Alles wird uns gewacht. Gehe gemacht. Gehe gemacht. Frag nicht nach dem Sinn des Lebens. Die Fantasie ist das Auge der Seele. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Gleiche Punkt. Optimismus ist der Stein der Reisen. A Lorenzen. Wenn ich nicht zum Negismen, Frag nicht auf voyen Skinner... Verwerben... Gott ist zur Sensei! Frag nicht nach dem Sinn des Lebens. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.